Moin Moin und herzlich willkommen zum Tutorial für Kerbal Space Program. Vielen Dank auch an Take-Two Interactive, dass sie mir das Spiel zum Aufzeichnen der Tutorials schon zur Verfügung gestellt haben. Und wir starten direkt mit unserer ersten Singleplayer-Kampagne. Das Spiel könnt ihr in den Settings auch auf Deutsch umstellen. Ich bleibe jetzt erstmal bei der englischen Version, da ich davon ausgehe, dass sie gerade im Early Access am besten durchgetestet ist und am wenigsten Überraschungen für uns bereithält. Im Singleplayer könnt ihr auf Start a New Campaign klicken, um eure neue Kampagne anzulegen. Wir haben im Moment nur die Sandbox als Game Mode zur Verfügung. Mal sehen, was später noch kommt. Ich gehe davon aus, den Karrieremodus wird sicherlich mit dabei sein. Bei der Difficulty bleiben wir erstmal bei normal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ihr einstellen könnt. Wie gesagt, für das Tutorial bleiben wir bei normal. Wir können der Kampagne dann einen Namen geben. Ich nenne das Ganze jetzt mal Tutorial. Und auch unsere Space Agency kann einen Namen bekommen. Ich nenne sie Winter Space Agency. Bei Agency Flags & Colors könnt ihr aus verschiedenen Flaggen, die zur Verfügung stehen, eine auswählen. Ich bleibe bei der Kaspi-2-Flagge, die finde ich okay. Und dann können wir Farben für unsere Agency auswählen. Ich gehe mal mit so einem hellblau und weiß, was wir auch im Hintergrund schon sehen an der Rakete. Und dann könnt ihr auch nachher noch sehen, beim Bauen, was das bedeutet für unsere Rakete. Wichtig ist, dass ihr Set Agency Colors hier unten drückt, damit diese Farben auch übernommen werden. Denn erst wenn die hier links übernommen sind, werden sie in eurer Kampagne auch angewendet. Ich schalte die First-Time-User-Experience jetzt aus. Wenn ihr das erste Mal Kaspi-2 spielt, würde ich euch empfehlen, dass ihr sie eingeschaltet lasst. Aber ihr bekommt relativ nützliche Tool-Tipps, die euch helfen, besser zu verstehen, wo welche Funktionalitäten auf euch warten. Ich erkläre euch die Sachen jetzt, die wir bauen. Aber wie gesagt, wenn ihr das erste Mal spielt, schaltet potenziell diese First-Time-User-Experience bitte an. Das wird euch gut helfen, um besser in das Spiel reinzukommen. Und damit starten wir jetzt die Kampagne. Im Kerbal Space Center angekommen, bietet sich für Kaspi-1-Veteranen ein, ich würde mal sagen, ein bisschen bekanntes Bild. Sieht natürlich auch ein bisschen anders aus, aber ein paar Gebäude kennt man schon. Wir haben nämlich das Vehicle Assembly Building, in dem werden unsere Raketen und Flugzeuge gebaut in Kaspi-2. Das Training Center hier habt ihr sehr viele Tutorials zur Verfügung. Und ich würde wirklich allen empfehlen, die sich noch nicht viel mit Kaspi-2 beschäftigt haben, macht diese Tutorials. Die sind wirklich hilfreich und können euch einen guten Start geben in das Spiel, um besser zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Auf der Tracking Station könnt ihr zu bestehenden Flügen wechseln. Und auf dem Launchpad habt ihr dann die Möglichkeit, Raketen zu starten. Wir starten hier aber erstmal im Vehicle Assembly Building, denn wir wollen unsere erste Rakete bauen, um gemeinsam in den Orbit zu fliegen. Im Vehicle Assembly Building haben wir verschiedene Parts im UI, die ich euch jetzt nach und nach erklären werde. Auf der linken Seite seht ihr als erstes mal den Teilekatalog, der uns zur Verfügung steht. Der ganze Katalog ist unterteilt in solche Sektionen, wie zum Beispiel Command, Fuel Tanks, Engines und so weiter. Und darunter wird euch auch mal erklärt, was da mit dabei ist. Wir starten auf jeden Fall mit einem Command-Modul. Wir nehmen den kleinen Pod. Wenn ihr über die Teile geht mit der Maus und kurz darüber verweilt, seht ihr verschiedene Informationen. Und wenn ihr Shift drückt über dem Teil, bekommt ihr auch noch ein bisschen Zusatzinformationen. Wir sehen hier zum Beispiel, dass dieses Command-Modul ein Crew Required hat. Das heißt, wir können hier diesen kleinen Pod erstmal nehmen und wir sehen eben auch die Größe. Und wenn wir über die verschiedenen Teile gehen, kriegen wir die Informationen, die uns eben zur Verfügung stehen, um zu entscheiden, ist das der Command-Pod, mit dem wir fliegen wollen. Wir nehmen jetzt erstmal ein kleiner Command-Pod, wenig Gewicht, wenig Dinge, um die wir uns kümmern müssen, um diesen Command-Pod in den Orbit zu bekommen. Letzten Endes eine kleine konische Kapsel, in die sich ein Körbel reinzwängen kann, um in den Orbit geschossen zu werden. Die Kapsel wollen wir natürlich mit beinhaltetem Körbel auch wieder sicher zurückbringen. Deshalb benötigen wir ein paar Schutzmaßnahmen. Ihr könnt im Vehicle Assembly Building übrigens mit der rechten Maustaste um euer Teil herum gucken. Wenn ihr mit dem Mausrad scrollt, könnt ihr sogar ein bisschen die Kapsel rein scrollen oder auch ein bisschen weg. Wenn ihr die mittlere Maustaste gedrückt haltet und die Maus hoch und runter bewegt, könnt ihr auch die Höhe anpassen, aus der ihr das Raumschiff anguckt. Das hilft relativ gut beim Bauen, diese Bewegungsmöglichkeiten zu haben. Jetzt wollen wir als allererstes mal einen Fallschirm anbauen. Ganz unten unter Utilities seht ihr auch schon Parachutes in Quality of Life. Und da legen wir einfach mal los und nehmen uns einen ersten Fallschirm dazu. Der XS, falls schon ihr seht, die Kapsel wird hier oben sehr klein, ist mit dem MK16 dann auch genau die Größe, die wir brauchen. Passt da hervorragend obendrauf. Und damit haben wir schon mal sichergestellt, dass wenn die Kapsel zurück nach Körben fällt, sie mit einer Geschwindigkeit ankommt, die für den Körbel überlebbar ist. So würde ich es mal formulieren. Als nächstes müssen wir uns gegen die Hitze schützen, wenn wir aus dem Orbit zurückkommen. Und da haben wir die Terminal-Kategorie. Dort findet ihr Hitzeschülle. Hier können wir jetzt nicht den XS nehmen, der würde natürlich nur auf diese Größe passen, aber unsere Kapsel ist ein bisschen breiter, da sie ja konisch ist von der Form her. Und wir nehmen einen Small-Hitzeschült, der auch perfekt unter die Kapsel drunter passt. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon so weit vorbereitet, dass die Kapsel an sich zurückfallen kann nach Körben. Jetzt wollen wir aber mit der Kapsel natürlich noch irgendwie erstmal ins Weltall kommen. Dafür müssen wir jetzt den Teil der Rakete bauen, der uns eigentlich erst in den Orbit bringt. Das erste Bauteil, was wir dafür brauchen, kommt aus dem Bereich Coupling, denn wir wollen diese Bauteile später abwerfen können. Stack-Decoupler oder auch Stack-Separator helfen euch dabei, Baugruppen voneinander zu trennen. Stellt euch das wie kleine explosive Ringe vor. Die hier sind inline, diese hier sind seitlich, also radial angebracht. Und wir haben später auch noch Blocking-Ports. Der Unterschied zwischen dem Stack-Decoupler und dem Stack-Separator ist, dass der Stack-Decoupler an den Baugruppen hängen bleibt, während der Stack-Separator quasi als ein eigenes Teil zwischen den Baugruppen abgetrennt wird. Wir nehmen jetzt mal den Stack-Decoupler, packen den unter die Rakete und dann können wir als nächstes unseren Tank anbauen. Denn den Tank wollen wir ja abwerfen können. Wir gehen hier wieder in die Small-Kategorie und dieser mittelgroße Tank, der FLT400, reicht uns von der Länge für unsere Oberstufe eigentlich aus. Den könnt ihr wieder unter dem D-Coupler anbringen, damit wir ihn abwerfen können, bevor wir in die Kerbin-Atmosphäre wieder eintreten nachher. Und als nächstes brauchen wir ein Triebwerk. Das findet ihr in der Engine-Sektion. Auch hier wieder gibt es verschiedenste Triebwerke in der Small-Kategorie. Seid ein bisschen vorsichtig, das Rapier ist eher für Space Planes, also für Flugzeuge gedacht. Es kann quasi Luftatmen, aber dann auch umgeschaltet werden. Und was wir suchen, ist ein sehr effizienter Vakuum-Antrieb, der nicht so viel wiegt. Zum Beispiel hat das Terrier eine halbe Tonne Gewicht, wenn wir uns das angucken, und eine Vakuum-Effizienz, das ist der letzte Wert, die ISP, von 335 Sekunden. Wenn wir uns jetzt mal im Vergleich zum Beispiel das Zwiveltriebwerk angucken, hat das ein Gewicht von 1,4 Tonnen. Wir müssen also mehr Gewicht bewegen und nur eine Effizienz von 320 Sekunden. Das heißt, das Terrier ist für uns eine ganz gute Wahl für unser Oberstufentriebwerk. Damit haben wir die zweite Stage eigentlich aus der richtigen Richtung schon fertig, mit der wir nachher in den Orbit fliegen werden. Wir müssen jetzt natürlich erstmal noch vom Launchpad wegkommen, denn wenn wir uns jetzt den Engineer-Report mal angucken, das ist eine weitere Funktionalität, die euch beim Bauen sehr helfen wird, bekommt ihr hier Trust Weight angezeigt. Die Trust Weight Ratio sagt euch, das wird hier oben auch nochmal gezeigt, Trust to Weight Ratio ist less than 1, also ist kleiner als 1. Und das bedeutet, dass eure Rakete nicht starten kann. 1 bedeutet, 1,0 bedeutet, dass eure Rakete exakt schweben kann. Alles über 1 bedeutet, dass ihr nach oben wirklich auch beschleunigt. Für den Start wollt ihr im Regelfall eine Trust Weight Ratio irgendwo von 1,3 bis 1,5 ungefähr haben. Das ist jetzt zu niedrig, das heißt, die Upper Stage kann das nicht erfüllen, muss sie aber auch gar nicht, denn die Upper Stage ist dafür zuständig, uns nachher in den Orbit zu bringen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt darum, eine Stufe zu bauen, mit der wir tatsächlich auch in den Orbit kommen. Dafür benutzen wir einen Stack Decoupler und zwar einen Small Stack Decoupler, auch wieder, also benutzen den wieder inline, so wie wir ihn vorher auch schon angewendet haben und gehen zurück zu den Fuel Tanks. Wenn ihr ein bisschen Erfahrung gesammelt habt, wird diese Länge Fuel Tank euch ausreichen, um in den Orbit zu kommen. Aber, da wir jetzt im Tutorial das erste Mal gemeinsam starten und hier und da noch kleinere Fehler passieren oder die Flüge vielleicht noch nicht ideal sind, machen wir nochmal genau den gleichen Tank, den wir in der Oberstufe schon drin haben. An die Rakete mit ran, sodass wir ein bisschen mehr Treibstoff mitnehmen. Und dann gehen wir zurück zu unseren Motoren und wir hatten uns das Swivel schon angeschaut, nehmen das Swivel hier noch mit. Warum nehmen wir das Swivel? Das Swivel, wenn wir hier mal in die Infos gehen, hat eine Vectoring Range und kann steuern. Wir haben zusätzlich noch das Reliant, das ist ein bisschen leistungsstärker. Wenn ihr euch die Max Trust Werte anguckt, ist das bei 260 bzw. 221 Kilo Newton, während das Swivel 188 und 215 hat. Aber wir wollen ein Triebwerk, das lenken kann, damit unsere Rakete einfacher zu steuern ist. Und Engine Gimbal ist die Möglichkeit, das Triebwerk zu benutzen, um eure Rakete zu steuern. Also das Triebwerk quasi in verschiedene Richtungen zu bewegen. Das ist hier möglich, deshalb nehmen wir das Swivel Triebwerk. Und jetzt den ersten Blick, den wir jetzt mal werfen, ist in unseren Engineers Report. Wir haben auch kein Warnzeichen mehr hier oben und wir sind jetzt bei einer Trust Rate Ratio von 1,550. Null. Das ist fast sogar schon ein bisschen viel für den Start, aber das ist okay, damit können wir arbeiten. Und dann wollen wir zu guter Letzt aus Stabilitätsgründen noch in die Aerodynamik-Sektion gehen und wollen ein bisschen runterscrollen, bis wir bei den Stabilisern angekommen sind, die Stabilisierungsflächen. Und dann nehmen wir die XS-Fläche. Und jetzt können wir diese im verteilten Modus anbauen. Hier unten habt ihr auch ein Symbol dafür. Hier könnt ihr das auch umstellen, wenn ihr draufklickt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier draufklicken würde, kann ich mit draufklicken das immer 1-2 erstellen. Vierfachverteilung 6-fach, das geht bis 8-fach, dann fängt es wieder von vorne an. Oder ich kann mit Rechtsklick draufklicken und mir einfach aus dem Menü das raussuchen, was ich haben möchte. Ich möchte eine Vierfachverteilung haben. Und was das macht, ist, ich werde jetzt meinen Teil vierfach verteilt, um die Rakete entsprechend anbauen, sodass wir hier symmetrisch die entsprechenden kleinen Flügelchen an der Rakete haben. Dann geben wir der ganzen Rakete noch einen sehr guten und effizienten Namen. Rakete 1, denn es ist unsere erste Rakete und können hier auch zum Beispiel unseren Workspace, auf dem wir gerade arbeiten, speichern, um das später erneut zu verwenden, die Rakete. Das speichere ich jetzt mal so weg. Und dann ist noch interessant, bevor wir starten, auf der rechten Seite unser sogenanntes Staging. Staging sind die Schritte, die wir mit der Leertaste durcharbeiten. Das heißt, unser erster Stage zündet das erste Triebwerk, dann haben wir einen Decuppler, dann haben wir das nächste Triebwerk, dann haben wir wieder einen Decuppler, dann kommt irgendwann der falsche. Das kann man ein bisschen effizienter gestalten, indem man zum Beispiel sagt, ich drag und droppe den Decuppler und das nächste Triebwerk in dieselbe Stufe. Das passiert dann quasi zeitgleich. Das kann helfen, um einfach ein bisschen weniger stagen zu müssen und direkt mit der Rakete loszufliegen. Wir haben jetzt hier auch die Informationen, was wir an Delta-V haben, 4215 Meter pro Sekunde. Wir brauchen ungefähr 3400 Meter pro Sekunde, um in den Kerben-Orbit zu kommen, wenn wir vernünftig fliegen. Das heißt, wir haben viel Toleranz, aber wir wollen ja auch noch wieder zurück. Das ist eine gute Sache. Das heißt, wir können jetzt auf den großen grünen Launch-Button drücken und dann geht's los in Richtung Orbit. Auf dem Launchpad angekommen, begegnen euch eine Menge neue Instrumente. Wir fangen mal ganz auf der linken Seite an. Auf der linken Seite seht ihr zum ersten erstmal eure Schubanzeige. Die ist wahrscheinlich auf 100 Prozent. Mit Steuerung könnt ihr die senken, mit Shift könnt ihr sie steigern. Das Ganze geht auch mit X sofort auf 0 und mit Y sofort auf Vollschub. Daneben habt ihr eine Geschwindigkeitsanzeige, die ist momentan auf Oberfläche eingestellt. Durch Klicken kann man die auch verstellen, auf wie hoch sind wir auf den Orbit gesehen. Wir sind im Moment auf den Orbit gesehen schon etwas in Bewegung, weil Körben sich dreht. Und für die Oberfläche stehen wir natürlich still. Rechts daneben, jetzt aber, kommt der Höhenmesser. Mit dem sehen wir, wie hoch wir über dem Boden sind, beziehungsweise wie hoch wir über dem, wenn wir es umstellen, nautischen Null sind. In der Mitte dazwischen ist unser Nav-Ball. Da erkläre ich gleich noch ein bisschen was zu, bevor wir starten. Darunter sehen wir eine Anzeige, wie unsere Apo-Apsis und Peri-Apsis aussehen. Was das ist, machen wir noch gleich. Und hier sind unsere SRS-Kontrollen. Wenn ihr den SRS eingeschaltet habt, das passiert über diesen Button oder über die Taste T, könnt ihr erst mal mit Stability On starten. Wir werden die verschiedenen Manöver im Laufe des Fluges auch noch benutzen. Auf der ganz rechten Seite habt ihr dann den Go-Button. Und was wir gleich tun werden, wenn wir mit dem Go-Button starten, ist, wir werden einen kleinen Kipper in Richtung Osten machen. Osten findet ihr auf eurem Nav-Ball. Wenn ihr euch den anguckt, sind hier kleine Zahlen. Und hier steht eine 90. Wir wollen nachher, wenn wir starten, beginnen in Richtung dieser 90 zu kippen. Das heißt, sucht euch, bevor ihr startet, schon mal, wo die 90 auf eurem Nav-Ball ist. Und dann könnt ihr in die entsprechende Richtung steuern. Nach oben kommt ihr mit S, nach unten kommt ihr mit W, nach links mit A, nach rechts mit D. Also eine ganz typische WASD-Steuerung. Oder wenn ihr einen Joystick benutzt, dann eben das. Aber auf der Tastatur ist es WASD. Und für uns ist die 90 hier. Guckt vorher, wo sie ist, damit ihr wisst, in welche Richtung ihr starten müsst. Und dann würde ich sagen, drücke ich mal auf den Start-Button und wir gehen in die Launch-Sequenz. Und damit geht es für uns auch schon los. Und wenn ihr jetzt mal hier drüben auf den Nav-Ball guckt. Ich gehe jetzt mit der Rakete so ein ganz kleines Stück innerhalb des ersten Kreises in die Richtung, in die ich möchte. Richtung Osten, Richtung 90 Grad. Und warte dann, dass unsere Geschwindigkeit hier so ungefähr 120 Meter pro Sekunde erreicht hat. Wenn das der Fall ist, klicke ich auf Prograde. Das übernimmt jetzt für mich automatisch das Steuern in diese Richtung. Ihr seht, die Rakete kippt jetzt langsam in die Richtung weg und wird mehr und mehr in Richtung Osten fliegen. Warum machen wir das? Wenn man in das Weltall will, ist das prinzipiell gar nicht so schwer. Man muss 70 Kilometer bei KSP hochfliegen. Aber das Problem ist, man fällt dann halt wieder runter. Und die Idee dahinter ist, über diesen Gravity-Turn seitlich Geschwindigkeit aufzunehmen. Man fällt dann zwar immer noch runter, aber wenn die Geschwindigkeit seitlich hoch genug ist. Wir reden hier von ungefähr 2200 Metern pro Sekunde nachher im Orbit. Dann werden wir an Körben schlicht und ergreifend vorbeifallen. Auf den Controls sehen wir unten jetzt auch, wie diese Zahlen sich verändern. Und die A-Pro-Apsis ist unser höchster Punkt unseres Fluges. Wenn ich auf M drücke, um die Map aufzumachen oder auch diesen Button, sehen wir das auch ein bisschen dargestellt, dass die A-Pro-Apsis quasi der Scheitelpunkt unserer momentanen Flugbahn ist. Und die Peri-Apsis ist dann der niedrigste Punkt. Die ist im Moment noch im Minus, weil wir noch nicht in einem Orbit angekommen sind. Aber wir wollen auf jeden Fall gucken, dass wir unsere A-Pro-Apsis heute im ersten Flug so ungefähr in Richtung der 80 Kilometer bringen. Das sieht auch schon ganz gut aus. Und wir sind jetzt mit der ersten Stage tatsächlich auch schon so weit durch, dass diese Stage uns auf 86 Kilometer A-Pro-Apsis gebracht hat. Wenn wir uns das auf der Karte anschauen, heißt das, wir fliegen jetzt in einer schönen Parabel auf 86 Kilometer hoch. Wir kommen tatsächlich ins Weltall, würden dann aber wieder runterstürzen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen jetzt, dass dieser Kurs um Kerbin herum geht. Und dafür müssen wir diesen Orbit zirkularisieren. Was wir dafür machen können, ist, wir stagen unsere Rakete einmal. Das heißt, wir drücken die Leertaste und gehen dann mit der Rakete direkt auf den Horizont, um in diese Richtung weiter zu fliegen. Das heißt, wir stagen unsere Rakete und gehen mit der Nase runter auf den Horizont. Jetzt merkt ihr, wie die Rakete dagegen kämpft, denn wir müssen auf Stability zurückgehen, weil sonst versucht sie immer wieder auf den Marker zu kommen. Und jetzt sind wir auf den Horizont ausgerichtet und ihr seht, trotzdem steigt unsere A-Pro-Apsis auch noch an. Was man hier jetzt tun kann, ist den Schub einfach abzuschalten, denn wir wollen ja nicht nachher eine riesige Höhe auf der einen Seite des Orbits haben und nichts auf der anderen Seite. Das heißt, wir lassen das jetzt mal laufen, bis wir eine schöne runde Zahl haben. Ich sage mal 95 und dann können wir mit X einfach den Schub ausschalten. Und jetzt können wir warten und etwas coasten. Ich würde mal sagen, wir gehen so ungefähr, könnt ihr euch das mal angucken, wir haben jetzt so 3300 Meter pro Sekunde zusammen. Das heißt, uns fehlen noch so 900 Meter pro Sekunde, die wir investieren müssen, um wirklich in den Orbit zu kommen. Und wir gehen jetzt einfach mal so bis 20 Sekunden vor der A-Pro-Apsis. Hier seht ihr die Zeit, die ihr noch habt. Das Schöne ist, wir haben hier einen Zeitraffer. Den könnt ihr durch Anklicken oder durch Komma und Punkt auf eure Tastatur bewegen. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal auf den Zeitraffer fürs Dreifache. Ah, Entschuldigung, das ist, glaube ich, sogar schon das Zehnfache. Und gehe so auf 20 Sekunden, das ist jetzt ein bisschen näher dran, das ist aber nicht wild. Und jetzt gehen wir wieder auf den Pro-Grade und mit Shift schieben wir Schub rein. Und jetzt beginnen wir zu beschleunigen. Und wenn wir uns das mal parallel, während wir hier fliegen, auf der Karte anschauen, sieht man jetzt, dass unser Orbit quasi vor uns weggeschoben wird. Das heißt, unsere Absturzstelle in Anführungsstrichen wird immer weiter rausgeschoben. Und im Idealfall machen wir das so lange, bis der Absturz am Planeten vorbei geht. Und das ist wie ein Orbit am Ende funktioniert. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach immer weiter und hoffen, dass wir jetzt gleich unsere Nase rumbekommen. Und wenn ihr merkt, dass ihr beginnt, Höhe zu verlieren, das sehen wir hier, wir sind jetzt ein bisschen am sinken, dann kann man einfach ein ganz kleines Stück, man nimmt die SLS-Control wieder zurück, wieder in den blauen Bereich zurückgehen, um zu Beginn wieder ein bisschen mehr zu steigen. Dann seht ihr auch, wie diese kleine Nadel beginnt langsam wieder höher zu kommen. Und dann haben wir irgendwann auch eine Periapsis. Und die Periapsis wollen wir jetzt gerne über 70 Kilometer bringen. Und dann können wir das Triebwerk ausschalten. Und das war's. Ihr seid im Orbit angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und von hier geht es dann eigentlich nur noch darum, wie man den Weg wieder zurück schafft. Und der ist eigentlich relativ einfach gelegt. Ihr könnt nämlich hier einfach das Ganze jetzt in den Retrograd verwandeln. Jetzt zeigt euer Triebwerk entgegen eurer Flugrichtung. Und jetzt gebt ihr einfach so lange Schwung, bis eure Periapsis so ungefähr bei 30 Kilometern ist. Dann habt ihr einen relativ angenehmen Wiedereintrittswinkel. Das kann man auch steiler machen. Ich mache es jetzt fürs Tutorial auch, um euch mal einen schnellen Wiedereintritt zu zeigen. Etwas steiler. Aber wenn ihr zum Beispiel auch mal vom Mond zurückkommt, peilt so 30, 35 Kilometer an. Das ist im Regelfall eigentlich eine gute Eintrittshöhe, um sicherzustellen, dass ihr wirklich wieder zurück auf den Boden kommt. Und ich werde jetzt einfach mal aus Demo-Zwecken meinen gesamten Treibstoff dafür verbrauchen, den ich noch habe, um so schnell wie möglich wieder eine Landung anzustreben. Das heißt, wir sehen jetzt eigentlich, dass das Gegenteil passiert. Wir haben uns auch einfach in die andere Richtung gedreht. und bremsen jetzt unsere Rakete wieder so weit ab, dass wir auf den Boden zurückfallen. Im Idealfall könnt ihr versuchen, auf der Map kann man das ganz gut anpeilen, dass ihr versucht, einen Ozean zu treffen. Eine Wasserung ist halt relativ einfach. Wenn man im Wasser landet, kann man nicht von einem Berg runterfallen oder ähnliche Probleme haben. Und wenn euer Sprit dann alles oder ihr euer Manöver fertig geplogen habt, dann könnt ihr wieder einmal mit der Leertaste stagen und entsorgt dann eure Upper Stage, die ihr jetzt nicht mehr benötigt und seid mit eurem Hitzeschild in Richtung Boden unterwegs. Wichtig hier retrograd bleiben. Ihr wollt das Hitzeschild auf jeden Fall nach vorne zeigen lassen. Und ihr könnt dann auch einmal hier mit einem Klick umstellen auf Surface oder Oberfläche, weil das ist der Flugvektor, den ihr braucht, um euer Hitzeschild richtig nach vorne zeigen zu lassen. Ich werfe jetzt den Time Warp einmal an, dass wir in die Atmosphäre eintreten. Das passiert bei 70 Kilometern. Und lasse ihn jetzt auch durchaus im Time Warp weiter durchlaufen. Wir haben eigentlich nicht viel zu befürchten hier. Wir warten jetzt einfach, wie der Körbel gemütlich durch die Atmosphäre fliegt und dabei Geschwindigkeit abbaut. Wir sehen das, dass wir erst mal, weil wir gebremst haben, sehr viel schneller werden nochmal. Und dann ab einer gewissen Dichte der Luft seht ihr, dass die Geschwindigkeit beginnt abzumauen. Wenn ihr sehr schnell seid, ist es wichtig, den Hitzeschild zu haben. Wir haben jetzt so weit runter beschleunigt, dass wir das wahrscheinlich sogar hätten ohne einen Hitzeschild machen können. Aber gerade wenn ihr später vom Moon oder sowas zurückkommt, habt auf jeden Fall ein Hitzeschild dabei. Der kostet nicht viel, der wiegt nicht viel und der sorgt dafür, dass euer Körbel auf jeden Fall sehr, sehr gesund am Boden ankommt. Wir warten dann, bis wir ungefähr 10 Kilometer, also unter die 10 Kilometer kommen. Ihr hört auch, wie die Windgeräusche jetzt immer lauter werden, weil wir in die dichtere Atmosphäre zurückkommen. Das Ganze bremst uns auch gut ab. Und wenn ihr unter 10 Kilometer seid und ideal ver solltet ihr gucken, dass ihr das macht, vielleicht bevor ihr auf 2, 3 Kilometer seid. Es schadet nicht, das jetzt schon zu tun. Staged er wieder und der Fallschirm als letztes Stage geht raus und der wird erst mal in so einem Pre-Deploy-Zustand unterwegs sein. Das heißt, ihr müsst nicht paniken. Es ist alles in Ordnung. Es ist genau so, wie es sein soll. Und ab jetzt kann man das SRS mit der Taste T zum Beispiel auch ausschalten. Den Rest schafft die Kapsel von ganz, ganz alleine. Und wir genießen einfach den Sonnenuntergang in beschleunigter Form, während wir uns der Wasserung entgegen bewegen. Ihr seht, dass uns dieser nicht ganz geöffnete Fallschirm auch die ganze Zeit weiter schon mal ein bisschen vorbremst. Und der wird so ungefähr auf 1000 Metern Höhe aufgehen und dann sich komplett entfalten und dann nochmal eine deutlich stärkere Bremsung machen, sodass wir mit sehr viel geringerer Geschwindigkeit ins Wasser fallen. Ist das eigentlich Wasser oder ist das hier schon? Das sieht nach Wasser aus. Das könnte klappen. Nicht so gut zu erkennen, weil es ziemlich dunkel ist, wo ich gelandet bin. Und wir genießen den Sonnenuntergang und ihr seht, jetzt ist der Fallschirm komplett entfaltet. 6,8 Meter sind wir noch schnell und ich mache den Zeitraffer jetzt mal rein, damit wir unsere Landung durchkommen. Das könnte auch schon Boden sein, ehrlich gesagt. Wir lassen uns mal überraschen, was die Dunkelheit für uns bereithält. Aber ne, es bewegt sich. Da ist Wasser oben drüber. Aber es scheint nicht mehr allzu tief zu sein. So. Und dann haben wir einen Splashdown ins Wasser und unsere Kapsel schwimmt dann. Und jetzt können wir unsere Kapsel potenziell recoveren und zurückholen. Das Ganze können wir hier links machen, indem wir in das Menü reingehen und dann auf Recover Vessel drücken. Das war früher in KSP 1 oben in der Mitte, aber bei KSP 2 findet ihr es hier im Menü. Könnt ihr Recover Vessel drücken und dann holt ihr euer Vessel zurück und könnt dem Ganzen auch in die Tracking Station holgen. Das war unser erster Orbitalflug und in den nächsten Tutorials gucken wir uns auch noch an, wie man zu Moon fliegt und wie Rondevus und Docking funktionieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.